Die Top 5 Lederrucksäcke für Damen Ich liebe meinen 2 Mademoiselle MR13 Rucksack. Er hat eine perfekte Größe für einen Tag in der Stadt oder eine Wanderung im Wald. Die Taschen haben ausreichend Platz für all meine Notwendigkeiten und der Schultergurt ist sehr bequem. Ich habe auch das Gefühl, dass die Qualität des Materials sehr robust ist, was mir das Vertrauen gibt, dass der Rucksack länger hält als andere, die ich besessen habe. Ich würde diesen Rucksack auf jeden Fall jedem empfehlen, der eine zuverlässige und stilvolle Tasche benötigt. Ich wollte eine stilvolle und multifunktionale Tasche und dies ist der perfekte Rucksack für mich. Die Tasche besteht aus hochwertigem PU-Leder und ist wasserdicht und diebstahlsicher. Außerdem bietet es viele Fächer für meine Sachen und es gibt sogar eine Tasche für mein Tablet. Es ist sehr bequem zu tragen und kann als Rucksack oder Schultertasche getragen werden. Ich empfehle diesen Rucksack jedem, der nach einer praktischen und modischen Tasche sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Boston-Leder-Rucksack für Damen. Er ist nicht nur sehr stilvoll, sondern auch sehr praktisch und funktional. Der Anti-Diebstahl-Aspekt ist sehr beruhigend und gibt mir ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Die Größe ist perfekt für den täglichen Gebrauch und ich kann alle meine wichtigen Dinge problemlos verstauen. Das braune Leder sieht sehr edel aus und passt zu jedem Outfit. Ich kann diesen Rucksack-Handtasche jedem empfehlen, der nach einem stilvollen und funktionalen Tagesrucksack sucht. Ich habe den Gabor Mina Damen Rucksack vor ein paar Wochen gekauft und bin absolut begeistert. Die Qualität und das Design sind erstklassig, es sieht wirklich stilvoll und elegant aus. Der Rucksack ist auch unglaublich bequem zu tragen und bietet genug Platz für all meine Sachen. Ich liebe die vielen Taschen und Fächer, die mir helfen, meine Sachen organisiert zu halten. Dies ist definitiv eine großartige Rucksack-Handtasche für fashion-orientierte Damen. Ich würde es jedem empfehlen, der nach einem stilvollen und praktischen Accessoire sucht. Ich habe den Stilort Larissa Vintage Rucksack Leder Damen Rucksack Handtasche Leder Rucksack Handtasche DIN A4 City Shopping Daypark Schule Uni gekauft und bin begeistert. Die Tasche ist aus hochwertigem Leder gefertigt und sieht absolut schick aus. Sie bietet genug Platz für meine Sachen, auch wenn ich mal einen größeren Einkauf tätige oder meine Uni-Unterlagen dabei habe. Der Rucksack lässt sich bequem auf dem Rücken tragen oder als Handtasche verwenden. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann diesen Rucksack nur weiterempfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.